Kireiji Ich habe den Mundschutz, ganz wichtig zu der Zeit, Melle nicht Ich scheiß drauf, weil Henrik einen hat Ich hatte ja schon Corona, deswegen ist es mir egal Ja, ich weiß nicht, bei uns ist das auch irgendwie so gut möglich, aber wer weiß Ist gut möglich, ja, alle husten Ja, ein bisschen husten, die ganzen Boomer anhusten, das ist natürlich klar Achso, und wir sind nicht zu Hause, lol So, das war's für die Folge, hallo, wir sind nicht zu Hause Ist da noch jemand anderes, der uns begrüßen möchte in der Folge, ja, das ist Mr. Nikoriman Nikoriman Ja, das ist Nikoriman, wir haben einfach mal geguckt, wir schauen mal, was es sonst für lustige Biome gibt, die man mal zeigen kann Ja, und ich habe mich immer ein bisschen im kreativen Modus durch das Modpack geforst, also natürlich nicht auf dem Server Doch, doch, klar, ausgecheatet, ja Und, ja, und ich habe ja auch so lustige Sachen rausgesucht, die wir entweder noch in dieser Folge oder in der nächsten Folge machen Ich weiß es noch nicht, also gut, da sind auch ein paar Sachen bei, die in der nächsten Folge kommen werden Aber ich kann euch sagen, es erwartet euch viel Spannendes Äh, auch dimensionstechnisch Ja, es gibt echt viel zu holen Also, äh, da gibt's wirklich noch einiges, was man sehen kann Da hab ich noch nicht mal alles gesehen Und Maschinen Und Mensch-Maschinen und alles Mensch-Maschinen vor allem, die sind besonders vertreten, ja Ja, das ist so toll einfach Alter, das erinnert mich an die Geschichte von Jesus irgendwie so ein bisschen Nee, also an Zin-Pack erinnert mich das Oh, nein Oh, da ist der Schnee Klimpfe im Schnee Im Schnee Oh, ist das schön Oh Redwood Wir können uns ganz viele gelbe Betten daraus machen Endlich, ja Da freu ich mich auch schon immer drauf Bellbegetten Bellbegetten Was ist überhaupt hier? Nicori Bayern Okay, das eben war Kimodor Island Von welchem Mods auch immer Gut, das wird natürlich von Nicori sein hier Halt, ähm, beim Tulpenfeld kommen wir dann raus, wenn wir da weitergehen Ja, genau Ja, gut, das ist ja dann die Richtung Nee Würde ich jetzt gar nicht glauben Das ist halt das, äh, das V-Wesbium da Dieses, äh Das ist der, der Hellheim, ja, ja Ja, ja, genau Da müssen wir auch mal rein, weil Meli hat's ja schon eine gute Erfahrung mit dem Hellheim gemacht, ja Tja, das ist richtig gute Stimmt, das ist auch noch eine Dimension, die wir wählen Boah, es gibt so viele Dimensionen, da verliert man echt den Überblick Das ist doch krasser als Glow, das Modpack hier Ja, doch, gute Dimension Nur halt weniger mit Technik Könnt man fast sagen, ja Eher mit Scheiße Ja, ja, mit Scheiße Was denn das Wort ist mit dem Fecal Transmitter, ja, das ist Ja, ja, natürlich Das können wir ja Pipp, pipp Alter Kalorien Warte Ja, da wollen wir auch entgegenwirken tatsächlich Genau Den Sekrethamburger, ja Uns, äh, uns Wir verlieren langsam den Appetit von Kalorien Warte Ja, das ist halt auch echt immer dasselbe hier, ja Ja Oh Obwohl, da hat man nochmal Lust Oh, und hier auch nochmal die tausendste M16A4 Auf die hat man auch Lust, ja Auf der Map sehe ich deinen Mundschutz, so ne Scheiße Ach, was Achso, nein Ja, dein Kind Alter, wie cool Das hab ich ja nie gesehen Hast du Hackback gemacht? Ja Sind da Erdblöcke? Ne, ist so Oh Kann man Das hast du wirklich Die Welt noch nicht gesehen, glaube ich Ja Alter Hier gibt's Nippel Nein, ist ein Neffer Ist echt ein Neffer Sexy Alles so verwinkelt hier Ja, echt alles so Dann kommen wir hier runter Och, ne Alter Ganz Insider, also Wer Hikurethi auch guckt Oder generell dann unsere Folgen Momentan Der hat ja auch mehr Insider als eigentliche Folgeninhalte Ja, so müsste es sein Also Anders will man das doch gar nicht Ne, das stimmt, ja Vor allem das Kuchen backen am Limit Ich glaube, die Folge kann man nicht toppen Oh Oh, die war echt perfekt Alter Oh, Mann, Alter No front Wie bitte? So viel dazu, ja Das ist fast eigentlich auch die ganze Folge schon zusammen Was ist denn das hier? Ja, eigentlich schon So Ach, der Hellheim-Crack Der wurde nicht gekauft Schade Das ist echt traurig Der Hellheim-Crack Oh ja, das ist Tulpenfeld Okay, das war ja doch gar nicht so weit weg Ganz weit weg Ganz weit weg war es leider nicht, ne Aber wir haben immer ein lustige Lachgesicht da in greifbarer Neue Falls wir mal wieder ein bisschen Obwohl jetzt natürlich nicht mehr Ne, das haben wir alle abgebaut Das Lachgesicht ist noch da, das eine Aber nur nicht der gelbe Kreis halt, ja Ja, ja, gut, ja Der Kreis ist ja das Wichtigste eigentlich Ja, ich weiß Na, das ist Oh, hier müsste man mal mit Vayne mine einfach so eine Reihe tot Nein Achso, in Tulpenfeld Das ist Erde, genau Lieber Erde, ja, ja, da habe ich bessere Erfahrungen gemacht, ja Ja Guck mal, wir sind doch jetzt schon hier zu Hause Guck mal, da sieht man doch schon unsere, unsere bescheidenes Haus Das ist richtig bescheiden Das ist richtig bescheiden Das ist immer noch nicht ganz fertig ist, aber naja Ja Doch Ist doch Ja, oben fehlen aber Wände, Manny Das ist kein Wände Ach, Quatsch Das ist doch schön Schreibt in die Kommentare Das ist Bullshit Also ich weigere mich da noch irgendwas zu bauen Du kannst ja gerne weiterbauen Das gehört zu, ja Ich finde das ist fertig Da gehören Erdblöcke rein Ja, aber echt Oh Ganz viele Samen, die Samen ist aktuell Ja So Alles nochmal rein hier Ich komme nicht durch die Tür, ich bin dann zu fett hier Was ich auf jeden Fall vorhatte Oh, schade Wie viele Diamanten haben wir denn? 83 Übrigens, wie der Yame Spot uns gesagt hat Hatten wir noch Melonensamen Genau Und die haben wir, da habe ich mich nicht loben lassen Und habe dann direkt die, die Samen aus der Dimension geholt Aber die wachsen hier nicht Ich weiß nicht, warum die nicht wachsen, die Melones Soll ich die Diamanten tatsächlich jetzt alle verwenden? Ne, nur wenn sie es lohnt Also nicht für so ein Bullshit-Item, Berlin Also ich weiß ja nicht Es ist kein Bullshit-Item Nein doch, ist es eh Sagen wir mal, es ist nur eine unendliche Kiste Oh nein Ach, die, 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 die Terrible-Chest Oh nein Ja genau die Aber ich weiß gar nicht, wie genau die funktioniert Aber Ja, genauso wie eine normale Ich hoffe, die ist terrible Die Frage ist, sollen wir die machen oder nicht? Alter Ne, ist die denn ein Mehrwert zu unserem aktuellen System? Ach kurz, die sind so viele Diamanten Ne, du kannst die ja verbinden damit Und dann kannst du halt, dann müssen wir ja nie wieder Chests Meinst du, die können wir verbinden? Ach, das ist qualitativ getestet Nehme ich mal stark an Ne, von getestet Ja, wir sollten das testen Wir testen das mal im kreativen Modus Ja, wenn sich das wie selbst ersetzt Bevor das hier Die Terrible-Chest Aber der Name ist so toll Ja doch, das ist Ich würde auch direkt ein Mod so Habe ich auch nur aus dem Grund genommen, ja Terrible-Chest, Alter Dann würde ich mal sagen Gold So, genau Wir brauchen den Golden Jemen-Block Oh, der ist ja günstig Ach du Scheiße Ist der auch gut so günstig Da beschreiben sich die Rezepte Ne, das kriegst du zugegeben, ja Die Ereignisse auch Ich will jetzt nicht tausendmal klicken hier Kann ich auf Schiff klicken? Oh nein, das klappt nicht Oh nein Jetzt habe ich ganz viel Gold, Tavis Nein Oh nein, was Ich bin doch nicht Och nein Das ist doch scheiße so Als ob ich jetzt tausendmal hier einzeln klicken muss Das ist doch kacke Schon Aber immerhin geht es überhaupt Ja, im Grunde genommen Müsste man das alles mit Croft-Trigger ändern Oh ja Vor allem, das braucht man überhaupt nicht Das ist immer an erster Stelle das unwichtige, Alter Das ist immer noch das unwichtige Ja, die wachsen echt gar nicht Jetzt habe ich kein Gold mehr Ach, als ob Alter, Gold Tavis von Ninja Legends, Alter Oh, die sind wirklich teuer Oh, das ist ein Block, wir brauchen Weißt du mal, wir brauchen 14 Warte mal, was wir auch brauchen Warte mal, stopp, 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 stopp Wir machen uns den Tungsten für das Was, Tungsten? Benzin Benzin, ne, Diesel, ja Schade Hendrik ist ein schmutziger Ja, ja, genau Ich will ja die Greta noch verunglimpfen How dare you, ich stehle Gretas Kindheit Lol Das findest du toll Das findest du toll Ja, das findest du echt toll Guck mal hier, ich hab ein Fire-Stand gemacht Kann man das anzünden? Flintenstiel Flintenstiel? Ja Aber das hieß doch Tungsten für das Oh ja, wie schön Also, naja, eigentlich nicht Aber Eigentlich nicht Oh Achso, schön animiert Ja, ja, deswegen eigentlich nicht Achso, naja, also für ein Thumbnails ist schön, ja Ja Deswegen mach ich Oh nein, ich hab's ausgemacht Dankeschön Mach sofort wieder an Ja, sehr dominante Mach sofort wieder an Mach sofort wieder an Ich kann's gar nicht haben Ja, das findest du direkt privat mit mir um Wenn wir dich aufnehmen Ja, ganz genau Ja, das find ich immer doch, ja Ja Also, ich find den nicht Du bist schuld Achso, was ich genau Genau, was ich machen wollte Das Wir wollen Proactive machen Dafür brauchen wir Milk Milk? No, no Milk No, no, no Alter, bitte proaktiv Du musst aber aufpassen, ne? Ja, ich weiß Alter Du kennst das alles schon hier Ich dachte hier Ja, ich hab die ja reingemacht Ja, gut, aber Achso, ist das eine Mod Ach du Scheiß, Proactive Mod Ich find den Ofen auch nicht mehr Oh, Mama Ah, wirklich Oh, Mama So Ach hier, der Tank Ach, so komisch sieht der aus Hey, aber ich hab da noch Tanksten gesucht Hä? Fußspuren? Soll ich mich mit Proactive aufpassen Ja, klar Nee, Proactive gab's doch schon Im alten Couragey, deswegen Echt? Da kenn ich den, ja, ja, ja Oh, das zeigt eben Just Enough Items nicht an Das ist natürlich Mr. Ears Ob das da nicht doch Fehler gibt So Oh nein Gunpowderbox Okay Okay Jetzt haben wir auch noch einen Waldo Active Waldo heißt übrigens schlecht Das ist auch wenn das Wetter Wenn das Wetter Waldoi ist Dann ist das Wetter schlecht Achso, okay Das ist schlecht Also Tenkiwa Waldoides Das ist dann Das Wetter ist schlecht Hier, da haben wir wieder was gelernt hier Ja, das Wetter ist schlecht Ja, also das Den Bildungsauftrag erfüllt Jetzt können wir weiterhin Scheiße machen Ja, genau Oder so Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist Das ist Alter Ist das nicht cool Alter Wie machen wir das denn wieder schön hier Berlin Du bist doch verrückt Ja, oh ja, das stimmt Ja, aber das ist doch schön hier Alter Ich find's schön Du machst das auch immer so bei Bei, äh Ich arbeite auch nicht so extrem Was bauen wir denn hier rein, bitte? Ja, hier können wir einen riesigen Hochofen machen Ja, hier muss echt so ein Haus hinkommen Hier müssen diese Die Mühlen müssen hier hinkommen, ja Die mit der Mühle Die mit der Mühle Alter, du hast das proaktiv einfach hierhin gemacht, Alter Ich weiß ja auch nicht so recht, so linken Das sieht doch schön aus Nein, das Tolle ist, dass es auf eine Ebene bringt Das wäre bei your own echt angemessen gewesen Aber da kannte ich das nicht Schade Und wo muss er das hinwerfen? Einfach nur geradeaus, oder wie? Einfach geradeaus und da auf dem Block, wo es landet Auf der Höhe macht er dann alles, was da du weißt, weg Achso, das macht mir auch ein bisschen Angst Vor allem so nah in unserem Haus Ich weiß ja auch nicht Das sieht doch schön aus Jetzt haben wir hier ein bisschen Platz Naja, ich weiß ja auch nicht Komm, wir gehen mal um die Ecke Um das Eck Du hättest mich dafür verurteilt Ich spreche dich mal kurz um die Ecke Ja Nein, das hast du doch in Altebeck auch immer so schön gebaut Ja, nicht so ehrlich Das war da mal ein oder ein, zwei Blöcke, wenn ich hoch ging Genau so, nicht anders Ich stehe dummer Scheiß, Alter Ich bin doch der Jump-and-Run-Künstler hier Also, man muss sich vorstellen, wenn ProActive schon gut ist Dann muss man sich mal vorstellen, was war Reactive macht Nein, wenn das schon schlecht heißt und das von Japan ankommt Dann kann es nur gut sein Das ist einfach Aber nicht in dem Video Wir machen das doch in den blöden... In der Cavern kann man das machen Da kann man sogar noch was sinnvolles machen Du weißt schon genau, was ich vorhabe Na gut, dann gehen wir in die Cavern Ja, aber das macht doch... Ja, wenn wir schon hier oben hingehen, dann heißt das schon, dass du Scheiße anrichten wirst Ja, natürlich will ich Scheiße anrichten Alter Ich weiß zwar nicht mehr, was das kann genau Ist doch lecker auch, kann man gut kochen Alter Ich will gerne Scheiße anrichten Ja Deswegen haben wir auch so viel Shit Ist auch immer schön angerichtet, immer mit so einem Petersilienblatt und so Ja, ganz genau Ganz weit weg Zum was nochmal? Pilz Zum was nochmal? Pilz? Zum was nochmal? Pilz? Das ist aus Leder und Milch Und Gunpowder Das war, Louis Alter Ich würde sagen Wir hauen ab Auf Rot gehts los, Alter Ich hoffe, wir sterben nicht Und los Weg Weg Alter Nein, nein, nein Bist du reingefallen? Ja, reingefallen Oh nein, nein, nein TP Warte mal Ja, TP, 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 TP Das war's ja wirklich komplett Oh nein, komplett Okay, das war doof Das war der letzte Block, wo ich drauf war Aber du lebst noch, Alter, dein Grabstein ist noch da Ja, aber ich bin ja, ich sterbe ja in der Void Wieso habe ich's denn raus geschafft und du nicht? Ja Ich war ein Block noch gerade Alter, als ob Du hättest vorher rausgehen können Als ob du noch das Bedrock wegmacht, was? Ja, ja, aber dafür ist der Grabstein da Ja, aber wie soll man den denn bekommen jetzt? Ja, runtergraben Ja, aber das ist doch in der Void Nein, das ist ja, das ist ja, äh Das ist ja Milch Das ist da gespawnt Das ist quasi in so einer Höhle drin Ich seh das Du siehst meinen Grabstein? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Ja, ich seh da einen Grabstein Alter Dann haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich, äh, oh Oh, oh scheiße Wir haben dann ordentlich Ich muss mal zu dir, Alter Platz zum Kerzefarmen Ist das nicht cool? Bist du gar nicht mehr hier? Doch, doch, doch Ist das nicht cool? Nee Alter Alter, was ist denn das hier? Guck mal, hier siehst du das Wenn du da runterzoomst, da ist noch der Nebel Eine Nacht-und-Nebel-Aktion ist das Ach, der ist dann, okay, durch Void ist der dann, oh, Alter Das ist auf dem letzten Block, Alter Das kann noch nicht sein Voll gut Alter Okay, wir müssen gerade mal kurz auf Fies von machen können, warum man das immer pro Dimension wieder umstellt Ah, ist das schön Oh, ist das schön hier Das ist der letzte Oh, du bist ein Magnet-Miner Oh, voll gut Das ist natürlich krass Och, Melli, ganz ehrlich Ich sag ja, das ist wirklich das Waluigi Du hast nur Unheil eingerichtet hier Oh Deswegen, daher kommt auch Waluigi Von Waluigi Der Schlechte ist einfach, ja Ja, wirklich Als ob Waluigi der schlechte, böse Luigi ist Guck mal, da kann man, soll ich da hinspringen? Ja, das schaffst du bestimmt Das ist ein interessanter Ort, den sie sich aus Dieser Ort, ja Der ähnelt überhaupt nicht den tropischen Regenwald Das fängt ja mal an der Zubal hier Ja Natürlich jetzt gar keine Tools mehr Der passendste Musiker, ihr wisst ja Oh, ich muss aufpassen Überliebe ich das? Oh ja, Leichtigkeit, ja Du schubbst mich aber runter, ja Das ist auch gut so Ich versuche mich ganz in die Ecke zu stellen, ja, ja Gleich auch beide in die Vault hier, ja Oh, Melli, du bist echt ein, oh Aber ich finde nicht, dass das so extrem ist, dieses Behinderte da, Alter Ja, ich habe doch gesagt, das ist schlecht Das normale war ja schon so stark Ja, aber das ist ja nicht schlecht, das ist ja extrem Und das wolltest du ja oben machen, die Backrock-Schicht wegsemmeln Ja, ich dachte, das wäre doch lustig Ja, das ist das Nachbar-Biom von unserem Haus Ja, ich will singen, das ist ja das Scheiß-Biom Oh, Mama So, cool Oh Gott, ey Aber die Goodies sind noch da Aber mein Zell-Sort ist schon wieder weggebackt Ach nee Also das ist halt noch ein Attack-Dimage Nee, eigentlich ein Attack-Dimage Eine Haltbarkeit, deswegen Das ist ganz komisch Das war doch spannend, oder? Das war, Alter Toll, das war auch hier einfach dann Als ob wir hier waren schon WTF Das sind Fackeln Ja, hier waren wir, klar Lustig Alter, Alter, okay Ich denke mal bei dem Alter, bei dem Lied kann man auch wirklich Alter, was ist denn das? Der Lied kann euch eigentlich nur gefallen haben, aber trotzdem Ja Alter, du bist echt mega krank Aber wir sollten erstmal auf Glück 3 verzaubern, bevor wir Diamanten holen Oh, Arbeit Oh, es ruckelt Alter Alter Hast du das gemacht? Ich hab das proaktiv geworfen Oh nein Oh nein Ich hab's kaputt gemacht Was hast du kaputt gemacht? Das Leben Oh nein Die Aufnahme stürzt gleich ab Ja, macht er wirklich Ein, ein, ein FPS Ich hab nicht mal einen FPS Naja, also der zeigt mir eins an, aber ich glaub da ist, äh Oh, da kommt so einiges Alles Gute von oben Oh, Alter Das stimmt ja, aber reicht dir alles ab was oben was Ach du Kack Alter Und dann nimmt er, Alter, die Items Alter, das muss ein Screecher werden Alter Der Item Regen Oh nein, das war ne schlechte Idee, Alter Ich fand's ne gute Idee, Alter Alter, was ist denn das? Alter Oh resh Blub 특f Oh Alter, was ist denn das? Bin das mal runtersegelt Uiuiuiuiuiui Ai, 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 ai Alter Weil das ja so hochgeht Das war echte Guti, der Sporks, dann Auf, auf höher ist So kann man die Idee aus Ey, das ist effizienter als jegliche... Äh, als jeglicher... Wie heißen die Dinger? Qureys Qureys kommen wir nicht mehr an, sonst Ja Und auch keine Minecraft Turtles Alter, was ist denn das jetzt für ne Diashow? Oh, äter echte Death show Wenn die Diamanten kämen, wäre das eine Diashow. Alter. Nein, ja, echt. Alter. Das sieht so dumm aus. Das war eine gute Idee auf Elfen, ne? Ja. Ja, echt? Oh, nein. Vor allem die Dimension geht ja irgendwie bis zum Baum ganz hoch, glaube ich. Ja, klar. Deswegen ist es ja dann mal Blöcke. Also so ganzen Schank haben wir gerade auseinandergenommen, ja. Finde ich gut. Das finde ich gut. Oh, der entlofft ja alles, Alter. Was geht denn da ab? Langsam wird es besser. Langsam wird es besser, ja. Naja, aber ja, geht. Alter, mir knurrt die Pufferze. Also jetzt habe ich für so ein FPS. Also jetzt wirkt das auch so wie ein FPS. Ja. So ein Bild pro Sekunde, ja. Alter, was ist denn das? Ich muss erst mal alles runterfallen. Ich glaube, dann ist es, Alter, der arme Server, ne? Ja, der arme PC, der raucht gerade ab. Der brennt schon gleich. Nee, der ist ja im Heizungskeller. Der ist ja schön kühl, deswegen passt auch schon. Im Heizungskeller ist es kühl. Ja, doch. Das ist nur Heizung im Keller. Das ist ein Raum, das ist ein Sauna. Genau, das ist ein Raum, da sind alle Heizungen des Hauses drin, ja. Genau, das ist Ziel und Zweck, das Ganze. Wenn man kalt ist, geht man dann kurz rein in den Heizungskeller. Ja. Und dann hat man erst mal für eine Stunde genug. Stück Kode, ey. Oh Mann, ich glaube, hier müssen wir das echt zeremoniell beenden, wie bei dieser Diashow. Alter, diese Folge, die ist auch schon wieder... Nee, das ist keine Diashow, hier sind keine Diamante. Doch, ich sehe einen, da hinten ist Erz, aber... Ja, okay, dann ist die Diashow. Ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll, Alter. Bei dieser 14-Lauf-Musik sagen wir am besten auch, dann tschüss und auf Wiedersehen, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt. Das heißt, wir zünden das proaktiv noch weiter in dieser Dimension, Alter. So lohnt es sich ja meistens. Das hätte ich in die Augen gebraucht für den Komponenten. Das ist wirklich crazy, kann man fast sagen. Alter. Okay, gut, dann bitte abschalten. Ja, bitte abschalten. Ja, okay. Gut, dann bis einander mal. Macht's gut und tschüss. Los geht's im nächsten Mal. Aus geht's. Untertitelung des ZDF, 2020